lasst uns über krypto reden also habt ihr fragen ich kann euch eine sache sagen über krypto ihr müsst vorsichtig sein brettans bevor ihr irgendwo investiert geld reinlegt bei krypto währungen beschäftigt euch erst damit bevor ihr einfach rein investiert weil das ding ist es gibt verschiedene apps aber brettans bevor ihr irgendwo in krypto investiert beschäftigt euch erst damit weil das ding ist ich habe zum beispiel bei den dort dogecoin habe ich kurz gepostet und irgendjemand hat daraufhin da investiert und ich habe ich bin nicht mal richtig da investiert ich habe keine ahnung 1000 dogecoins oder so dass das entspricht jetzt gerade mal 500 euro oder so und das ding ist er hat investiert als das ding auf dem allzeit hoch war und dann ist runtergestürzt weißt du guck dir mal baba neuen krypto coin an es moonboy auf pancakes überhaupt ganz frisch ein tag raus moonboy dankeschön bleibt haben für 4 euro 20 ich check den ab moonboy habe ich auch schon mal gehört hat mir auch jemand gesagt ich gucke immer zum beispiel neue coins oder generell gibt es diese seite warte mal nicht ich gehe mal auf die seite die heißt coin market cap coin market cap hier seht ihr seht das jetzt nicht kein market cap heißt die seite weil hier könnt ihr zum beispiel wenn wenn der braten von dem korn moonboy gesagt hat aha hier siehst du den gibt es schon und da könnt ihr zum beispiel aber es gibt noch gar keine link dieses project ist feature dass ein antrag du nicht es gibt es noch nicht mal den irgendwie links aber egal ihr zum beispiel wenn ihr nach ethereum sucht geht ihr drauf sagt und dann könnt ihr sehen zum beispiel hier den chart wann er hochgegangen ist blablabla market cap das auch wichtig heißt wie viel kohle ist jetzt gerade investiert da drin und ihr könnt sehen auch wo ihr überhandeln könnt auf welchen wie heißt das denn trading plattformen exchanges bleibt ihr damit handeln könnt ist auch scheiß egal ja alter artiom guck mal der schreibt also damals bitcoin folgen mit wadi gemacht das war bitcoin bei 2800 euro überlegt man ich hätte damals zehn bitcoins gekauft weil heute ist der bitcoin damals war 2800 heute ist der schaut euch das mal einfach an heute ist der bitcoin bei 53.000 dollar alter überlegt euch das mal hätte ich damals gekauft zehn bitcoins im wert von 2800 euro dann hätte ich heute 10 mal 53 10 mal 50.000 eine halbe million dollar überlegt euch das krass oder ihr müsst bevor ihr aber irgendwo investiert müsst ihr euch erstmal mit dem thema beschäftigen bevor ihr rein geld investiert weil das ding ist hat bitcoin für 700 euro gekauft das kommt darauf an wann hast du gekauft wenn du früh genug gekauft hast dann lohnt sich das sonst sonst ist ein problem und das ding ist aber der bitcoin liegt gerade bei 50.000 dollar wird aber safe noch unter 200 300 manche sagen sogar 23 millionen noch steigen weißt du jetzt in ganz ferner zukunft und jetzt in diesem bull cycle wie die sagen wird er wahrscheinlich auf 2300 sogar 1000 hochgehen wichtig ist es gibt verschiedene plattformen es gibt zum beispiel binance es gibt phimix das sind so große oder coinbase das sind so plattformen wo ihr traden könnt oder wo ihr euch coins kaufen können das sicherste ist bevor ihr zum beispiel wenn ihr noch gar nicht so richtig in dem thema drin seid fangt nicht an dieses daytrading sondern kauft euch die sachen wenn ihr das gelesen habt wenn ihr euch damit beschäftigt hat mit bitcoin ethereum oder hier ripple oder ada oder dogecoin oder was rum aber dogecoin ist müsst ihr aufpassen dogecoin ist ja eigentlich so ein meme das ist ja keine echte währung so wisst ihr was ich meine und wenn ihr dann versucht nicht zu handeln sondern haltet erstmal über mehrere jahre und investiert nur geld was ihr bereit seid zu verlieren das ist das wichtigste digga nur geld investieren was sie bereit seid zu verlieren versteht ihr meine drei top coins das kann ich euch sagen welche meine drei top coins seite sind warte mal ist alles gefallen also meine drei top coins sind cardano ethereum und wie chain wie chain das sind meine top coins ich bin gar nicht in bitcoin ich bin nur in cardano ethereum und wie chain weil das ding ist die man nennt ja die altcoins altcoins also bitcoin und alles andere nennt man altcoins und die altcoins steigen viel stärker aber die fallen auch viel krasser weißt du das heißt du kannst mehr gewinn machen aber du kannst auch viel mehr abkacken wie chain ist wirklich sehr krass ja oder bocheletten steigen mehr als bitcoin bocheletten einfach wie viele haben die 25 euro im shop gekostet jetzt richtig asozial bocheletten sogar in bocheletten in herrenschuhe oder weiteres und mode 45 euro einfach digga der verkauft die 45 die haben 25 kostet hat die heute reingestellt guck mal heute 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 die braten machen business damit die haben 25 euro oder 20 euro gekostet und die wohl noch zuzüglich versandt 45 euro 55 40 55 55 55 55 45 junge alter alle alle sachen ich gehe mal ins live weg alle sachen die ich verkauft haben werden hier teurer verkauft socken 20 euro socken 20 euro hoodie wieviel hat der hoodie kostet ich glaube der hoodie hat damals sogar 55 gekostet jetzt für 60 hier pocheletten xxl der pocheletten 100 euro digga für 100 euro der hat im verkauf gekostet 55 wurde der verkauf der war auch innerhalb von ein paar minuten weg kostet 100 euro einfach verkauft hier buch junger hat buch gelesen verkauft jetzt wieder ich raste aus buch kann man doch nicht verkaufen junge wie einer verkauft buch für 70 euro job toyum hat eine slavik jogginghose braten immer vier was also ah hä ah die jogginghose ja die schwarze jogginghose boah guck dir die qualität an braten das heißt das ist qualität junge das ist qualität alle deswegen deswegen ich verkaufe auch nicht weißt ich mache ja nicht viel werbung für die sachen deswegen sind die auch schnell weg der verkauft die für 60 euro junge wie viel hat die gekostet 30 euro 20 ich weiß es nicht mehr ey krypto krypto okay sag mir aber welche fragen habt ihr an krypto ich weiß nicht wo ich anfangen soll hast du mehr als 100k in coins investiert ja braten ich habe mehr als 100k in coins investiert wo soll man ein wallet aufmachen ein wallet solltest du nicht chillies habe ich auch investiert chillies auch sehr sehr gute sehr sehr guter coin wird sehr krass abgehen ähm nächste frage wo soll man ein wallet aufmachen braten ein wallet solltest du also wenn du jetzt meinst wirklich wo du deine coins lagern solltest du solltest immer deine coins auf einem cold wallet lagern das heißt es gibt zwei stück entweder auf wie heißt der entweder er macht auf dem ledger oder der sogar noch besser sein soll das ist der treasure also diese beiden also entweder auf diesem treasure heißt er entweder da lagert ihr eure coins oder ihr lagert die hier auf dem ledger das sind die beiden wo ihr eure coins lagern könnt das ding ist aber wenn ihr da drauf lagert seid ihr selber verantwortlich weil wenn ihr das ding verliert und ihr verliert eure passwörter dazu dann sind alle eure eure kryptos weg das ding ist wenn ihr das auf den exchanges lagert und dann die exchanges gehackt werden ist es auch weg weißt du wann hast du bei ada angefangen zu investieren bei ada habe ich angefangen zu investieren als als es glaube ich sogar bei 50 cent oder so war aber noch nicht viel und dann ging es weiter 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 mit dem pochecoin meine ich schon ernst ich muss mal gucken bratan ich check jetzt mit leuten die sich damit auch auskennen und dann will ich auf jeden fall in der richtung was machen weil paul logan hat ja auch diese nfts und so gemacht das finde ich schon ein interessantes thema ich finde es auch sehr geil weil das unsere zukunft bratan das nur jetzt schon ich rede mit euch über internet bleibt zwar vor zehn jahren nicht möglich oder ich erinnere mich damals vor zwanzig jahren als ich 56k modem bleibt angeschlossen habe nicht mal vor 18 jahren mit 56k modem bleibt im internet immer angeschlossen habe damit das internet gehen kann das krass wie sich das verändert und ich habe noch mitbekommen wie internet sozusagen also nicht entstanden sondern wie internet es überhaupt plötzlich gab so weißt du ich erinnere mich an die zeit wo wir keine handys hatten keinen whatsapp nix wo wir nicht e mails checken und damals habe ich schon gedacht wie geil wäre das wenn du einfach hingehst und so jemanden schreiben kannst damals über icq der msn eins in den chat wer das noch kennt bleibt heute safe und coin habe ich auch heute safe und coin 500 prozent durch die decke laber bratan muss ich gucken sofort machst du da seit wann bist du in krypto seit wann ich bin seit in krypto bin ich gerade und deswegen auch auch nicht nur mir zuhören sondern macht eure eigenen eigenen schaut selber an informiert euch weil ihr müsst selber euch die informationen holen ihr könnt tipps so von von anderen leuten oder von mir holen aber ihr müsst selber immer die informationen und eure meinung selber bilden weil das sehr wichtig es geht um euer geld weit mal safe moon ist absolut 100 prozent so shitcoin bleibt der macht 100 prozent keinen sinn aber damit kann man wenn man rechtzeitig investiert viel geld auf jeden fall da machen aber ich glaube jetzt macht es keinen sinn da mehr zu investieren ne der ist gar kein 500 prozent gemacht bratan der ist voll abgekackt was sagst du zu der aktuellen und nächsten resistance äh gemäß an den 21 gme dadurch kann der preis auf circa 45 sinken äh ja der kann sogar nicht auf 45 dollar sinken bratan sogar auf 40 dollar und es gibt so eine geile seite die heißt die heißt bei bt ihr seht das wahrscheinlich hier nicht das oben b y b t du kannst sowieso anhand von alten daten haben die analysiert wie weit es hochgehen kann kreuzche poche bleibt ich sag euch äh später mehr dazu bitcoin kann in den nächsten wochen bis zu 5 genau bitcoin kann auf 40.000 fallen oder so und dann würde ich wahrscheinlich bei bitcoin auch einsteigen vielleicht aber bitcoin wird am ende des tages nicht so viel du kannst nicht mit bitcoin wenn du nur reinvestierst so viel gewinnen oder andersrum gesagt wenn du in altcoins investierst kannst du viel mehr gewinn machen als wenn du in bitcoin investierst aber das risiko ist noch höher verstehst du was ich meine einkaufen und halten das ist auch meine taktik bisher weil ich habe ehrlich gesagt ich habe probiert diese trading hab einfach mit 1000 euro probiert 1000 euro rein 4000 gewinn gemacht und dann alle 4000 nachher verloren bleibt wo kaufst du dogecoin dogecoin habe ich bei binance geholt bei 12k investiert sehr gut florian hommer klar kenne ich das wie florian hommer das doch der typ der an der an der wie heißt an der börse richtig alle verarscht hat ne der hat doch da milliarden gemacht hab mit safemount 74k gemacht bratan das krass respekt zeig mal dein portfolio mein portfolio ist so breit gefächert bratan ich hab ich kann sagen was ich alles hab ähm portfolio mein portfolio fängt mit cardano äh cardano ethereum bechain äh chilis und dann habe ich noch sehr viel in andere investiert in bittorrent zum beispiel da glaube ich auch dran äh polkadot uniswap äh thegraph synthetics ecomi omi soll auch richtig krass steigen äh poli also dollar ziercoin dogecoin reef icon binance utrust das waren alle the wolf of slavic the wolf of mazad street ha 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 Bis zum nächsten Mal.